Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lob. Äh, äh, äh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sehr schön. Ich komme jetzt irgendwie schwer ins Vorrat. Ja, die müssen erstmal durchkommen. Jetzt kommen sie aber langsam durch. Gut, die müssen jetzt erstmal noch an den Wölfen vorbei. Der Wolf muss erstmal an den Wölfen vorbei. Hört sich lustig an, aber es ist halt so. Scheiße, nein. Nein, auch ihr blöden Kerzengießer. Ist doch blöd. Oh, doof. Es passt trotzdem nicht der Turm hin, ey. Ich fühle mich verpopot. Ich fühle mich extrem verpopot. So, hier hoch. Speichern wir mal. Wer weiß, was alles passiert. Nachher landen Aliens. Während der Aufnahme. Alter, das wäre auch cool. Landen einfach mal Aliens im Hintergrund. Hört dann bloß, wie die landen und ich halte mich ganz gepflegt mit denen. Moment mal. So, da sind wir wieder. Kleine Unterbrechung. So. Haha. Hm, aber mit so einer Turmballiste. Ein bisschen weiter weg, so dass die... Alter, die schießen mir ja echt in die Holzfäller rein. Aber so eine Turmballiste könnten wir doch bestimmt... ...dass wir platzieren können, das Ding. Mann. Probieren. Wollen wir probieren? Wenn dann die Holzfäller weg sind. Wenn das Holz weg ist, dann haben wir ein bisschen mehr Freiraum. Holzfäller kriegen gerade gewaltig auf den Sack. Aber okay. Hm. Hopfen. Hopfen, 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 hopfen. Ach, du Scheiße. Ja, das hier möchte ich auch noch ausprobieren. So oder so. Ja, irgendwie... Ach, Feinde in der Nähe. Ja, natürlich. Alter, das ist gemein, ey. Wir werden jetzt hier... Macht er das mit Absicht? Macht er das tatsächlich mit Absicht, dass er hier jetzt echt bekämpft? Das ist ja mal hart. Das ist gemein. Oh, ey. Arschloch. Arschloch. Der Wolfi. Hm. Ja, und die Brauereien habe ich irgendwie nicht gedacht. Das eigentlich macht jetzt doch hierher. So in etwa. Ich weiß nicht, reichen die Wecker? Ja, die Wecker würden nicht reichen. Notfalls einfach mache ich noch ein paar dahinter. Der kämpft echt das Ding. Das ist übel. Ja, und der kämpft hier bei mir rum. Das geht mir auch gerade richtig auf den Nerv. Ja, deswegen haben wir gerade so Probleme mit dem Bauern, weil immer wieder neue ausgebildet werden um hier. Kann der nicht einfach... Nee. Okay, der hat sich doch nur zwischengesammelt. Alter, das Problem ist jetzt, da der hier so abgelenkt wird, kommt der jetzt mit einer gewaltigen Wucht jetzt gleich an. Weil das jetzt gleich mehrere Trupps sind, die jetzt hier ankommen. Shit. Prüf die Waffen! Vielleicht ist es doch gar keine schlechte Idee, die Balliste zu platzieren. Aber ich habe hier irgendwo Platz dafür. Alter, ihr seid solche Penner! Bogenschützen sammeln. Ah, okay, die kommen jetzt schon weiter vor. Alles klar, alles klar. Jetzt werden sie angeschossen. Wunderbar. Boah, ey, es gibt's doch nicht! Ich werde euch fangen, foltern und sehr, sehr langsam töten. Und dann... Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann... Ja, Wölfe, ja, Wölfe, ihr seid tolle Wölfe. Kommt, macht kaputt. Ich fühle mich trotzdem nicht sicher, woran das liegt. Oh, das ist nur Intuition. Wir setzen doch mal die Gebäude wieder. Alter. Besser gesagt. Moment mal. Ja, natürlich, das sind doch gar keine Wölfe. Das sind Löwen. Ja, das war ja auch schwierig. Fuck. Eure treuen Bogenschützen. Wollte schon gerade sagen, machen die Kriegswölfe dieses Geräusch, aber das sind ja die Löwen. Die Männer sind guter Dinge. Die Dinger hier angeschossen? Das ist der Reichweitenunterschied. Echt so krass. Okay, 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 okay. Kommt da raus, kommt da raus, kommt da raus. Die schießen wir nochmal in den Ausbildungslager weg. Mein Lord. Haltet zusammen, Männer. Haltet eure Speere gerade, Männer. Haltet zusammen, Männer. So, und jetzt da schön rein. So. Das dürfte jetzt durch die Bogenschützen kaputt gehen? Perfekt. Aber jetzt sehen wir, denke ich mal, wie der Wolf abgehen kann, weil der macht hier seine Kriegswölfe. Er macht dann noch gleich sein. Ja, das funktioniert noch. Krieg ich jetzt hier ein Turmhemden? Ne, immer. Ganz knapp. Ja, 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 ja. Wunderbar. Okay. Alles klar. Ja, mal wieder zumachen bitte und so. Okay. Jetzt dann bloß noch die Truppen draufkriegen. Alter. Hm. Aber wir kriegen echt gut was weggeschossenes auf die Reichweite. Auch wenn es nur die Bogenschützen hinkriegen. Wir werden angekriegt. Hier wäre halt echt cool. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Frau auch nicht. Das liegt gerade weniger an den... Ach doch, es liegt tatsächlich an den Waffen mehr. Ich dachte jetzt schon echt, es liegt... Na doch, an den Leuten liegt es genauso. Das ist das Problem. So, jetzt möchte ich dann gleich viele Armutschützen hier oben drauf haben. Und eventuell schon echt so einen bewaffneten Sachschön. Dingens. Oberfeldwebel. Ihr wisst. Bescheid. Hm. Ein bewaffneter Affe. Bereit und wagen. Nach und nach wird das schon. Dann noch ein paar mehr Armutschützen brauchen wir auf jeden Fall gegen den Wolf. Das ist unabdinglich. Das geht einfach nicht anders. Ein paar Bogenschützen natürlich auch für die Reichweite. Dann verzichte ich mal auf die Jäger. Jetzt hat die Frage, mit was gehen wir auf den Wolf? Ich würde fast sagen, hier gehen wir auch mit so Schwertkämpfern, Rittern, wieder mit so einem schönen Mix aus der gepanzerten Staffel. Vielleicht bietet es sich dann doch noch irgendwann mal an, dass wir Arabisch spielen, aber... Ich würde es nicht versprechen, weil ab jetzt können die Missionen ja nur schwerer werden. Das ist halt das Problem. Ich glaube kaum, dass ich jetzt irgendwo anbiete, dass wir nochmal als reiner Araber spielen. Weil sobald wir Armutschützen als Gegner haben, ist schon ein Problem. Aber erst recht, sobald der Gegner mit Templern und Schwertkämpfern kommt. Das ist... Da kann man mit normalen arabischen Truppen... Das kann man fast vergessen, einfach. Gucken wir mal nochmal ein. Oh Mann, ey. Ihr seht, wie der Wolf angreift. Welchen Abständen. Weil das ist soweit, dass er mit seinen Triebucken kommt. Ich glaube, der, der die sehr gerne hier baut, seine blöden Geräte... Mit seinen Truppen, aber kaum, wer durchkommt, mache ich mal hier so... Was dagegen. Die Söder-Lager ist schon fast hinderlicher, als dass es was bringt. Das Recht ist auf unserer Seite. Wir brauchen mehr. So 20 Stück möchte ich dann schon auf dem Turm haben. Ich habe halt Angst, dass sich da zu viele Truppen sammeln, weil die da alle rumcampen. Und dann ist das Ding irgendwann mal weg. Und dann kommen sie alle. So. Habe ich jetzt eigentlich schon Bier? Ja, ich habe Bier auf jeden Fall. Es funktioniert auf jeden Fall mit dem Brauen. Wäre das für Möglichkeiten? Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Und ein paar Brauereien mehr, bitte. So. Dann brauchen wir jetzt gleich noch eine Schenkel. Damit wir das auch gleich noch haben. Das kringste Problem bei uns ist eigentlich das Gold. Das geht jetzt eigentlich echt gut. Größeres Problem ist halt einfach... ...Rekoten zu haben. Die gehen nämlich gerne weg. Kann vielleicht damit zu tun haben, dass manche einfach mal so ein Pfeil ins Gesicht bekommen oder so. Kann mal vorkommen. Das ist eine der häufigsten Todesursachen bei mir im Land. Einfach mal irgendwo ein Pfeil ins Knie zu bekommen. Und dann auf irgendeinem Stein zu landen mit dem Kopf. Pfeil ins Knie. Exekutionsmethode Pfeil ins Knie. Oh man. Oh, 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 oh. Das dürfte aber fast reichen jetzt. Gehen wir gleich mal rüber. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass es nicht reicht. Warte nur drauf, dass du hier auf meinen Lodge schießt von irgendwo. Ey, da hat so viele Armbo schützen. Was ist denn was? Unterbrechen wir hier mal die Arbeit, bitte. Ich speichere mal und versuche es. Kann ja nichts schief gehen oder so. Gespeichertes Spiel überschreiben? So, guck mal drauf. Auf den Mauern neu formieren. Schön langsam, Männer. Wollte schon sagen, klappt es nicht. Aber es klappt schon. Dank dem Bonus dürften wir das eigentlich... Ihr macht mal Informationen, was ihr das macht. Dass ihr hier zusammenbleibt. Das ist wichtig. Der Lebenspunktbonus muss sein. Ein paar Bogenschützen. Da kommen ja auch noch ein paar mit. Die Reichweite ist auch ganz nützlich. Heute sind wir eure Leute. Morgen sind wir eure Sorgen. Was zum Teufel? Ach, ich wollte schon sagen, hä? Das sieht jetzt irgendwie total komisch aus, aber es waren zwei Einheiten. So, funktioniert's? Ja, klar. Die schießen zurück. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, sieht nicht verkehrt aus. Sieht nicht verkehrt aus. Jetzt hätte ich gerne... Arrabiata. Kaffee. Hoch als Heiler. Läuft, läuft, läuft. Gut, wir haben schon einiges verloren an Ambushützen, aber es funktioniert im Prinzip. Achtung! So. Noch mal ein bisschen heile, heile Sonnenschein. Sehr schön. Ohne das ganze Campen haben die jetzt sogar wieder eine blöde Chance. Hm. Ach, die schießen sogar von hier. Das ist natürlich echt nett. Könnt jetzt eigentlich wirklich mal... Ist das Wicken... Ne, blockiert. Hier. Hm. Würde das gehen, ohne dass ich hier angeschossen werde davon? Kannst du mal probieren. So. Ich würde gerade sagen, von hier aus schießt das Ding doch bestimmt. Ein bisschen reinballern und dann schwächen ist nicht verkehrt. Ne, Mangel hat, glaube ich, eine zu kurze Reichweite, dass es wirklich was bringt. Probieren könnte man es fast mal, aber ich glaube, die Reichweite ist einfach zu kurz. Aber so haben wir auch mal ein kleines bisschen Bolzen für die Feinde. Ist jetzt nicht mega effektiv gegen Infanterie, aber hey, ein bisschen Schwächung, warum nicht? Geht, der schießt sogar von dort. Das ist eigentlich ganz cool. Hm. Die Dinger sind aber hauptsächlich gegen Belagungsgeräte gedacht. Und auch stark. Hier kommt es auch noch mit hier hoch. So, dann nochmal fünf Bogenschützen und noch Schatzhaken. So, mal ein paar Abo schützen, dann haut es, denke ich, mal hin. So langsam. So. Dann kann man eigentlich zufrieden sein. Sehr schön. Okay. Oder? Haben die uns gerade den Heiler weggeschossen? Sieht mir so aus, ja. Nicht nur den Heiler, ey. Die machen übeln Schaden, trotz des Sargens. Lass die wegballern. Ich müsste ja dauerhaft Ambushützen hochschicken. Aber ja, entweder so oder... Das ist halt wirklich die Frage, verteidigt kriegen wir das auf jeden Fall. Aber wie wollen wir angreifen? Ah, berittene Bogenschützen vielleicht? Sollten nicht so verkehrt sein. Einfach langsam vorstoßen mit Fernkämpfern natürlich, wäre auch eine Idee. Viele, viele Ambushützen und damit vorstoßen. Nach und nach, Schritt für Schritt. Ich glaube, wir machen einfach sauerhaft viele Ambushützen. Das ist das Beste, was man gegen den Wolf machen kann. Machen wir mal eine große Ambushproduktion. Sorgen wir mal dafür, dass das da richtig anläuft. Das können wir eigentlich auch mal wieder die besetzen. Ähm, und das hier können wir auch mal machen, irgendwie... Überhaupt nicht drauf geachtet. Holz, 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 Holz. Dann kriegen wir auch gar keine Bögen mehr rein. Komm, machen wir noch ein paar brauche rein. Okay, das haut so... Boah, fuck, ich brauche einen Marktplatz. Die hätte ich auch schon eher kommen können, aber... Aber Baum? Aber Utwin? Aber Utwin-Baum. Man sollte einen Baum nach mir benennen. Das ist immer der Baum, der gar nicht weiß, wo er hinwachsen soll. Er macht das immer total spontan. Die Truppen des Wolfs greifen an. Mehr als 10 Eisen brauchen wir nicht. Dankeschön. Mehr als 50 Bier brauchen wir nicht. Das gleiche bei den Kerzen. Getreide haut so hin. Das funktioniert. Unsere Lebensmittelvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Ja, in Ordnung. Boah, haben wir jetzt Geld? Geld, 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 Geld. Holz würde ich sagen, dass ich immer... Ja, okay, jetzt kriegen wir welches rein. Oh, dazu. Armbrüste. Zack, zack. So. Zack, zack. Sehr schön. Ein paar Bogenschützen kann man auch noch dazusetzen, einfach weil die die Reichweite haben. Die haben die... Ihr habt die Reichweite. Wir werden angegriffen. Ihr seid das Volk. Ihr habt die Reichweite. Seid stolz. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Hm. So. Dann noch ein paar normale Bogner und alles ist gut. Dann haben wir es wieder mit jeder Zelle und so. Dann machen wir jetzt erstmal wirklich den Krieg rein fernkampforientiert. Die Kriege sind oftmals rein fernkampforientiert. Die Überlegung mit berittenen Bogenschützen ist auch nicht verkehrt, aber die machen einfach zu wenig Schaden, um den ganzen gepanzerten Staffeln entgegenzutreten. Wir brauchen hauptsächlich Armbussschützen. Das geht nicht anders. Dann müssen wir es schaffen, immer weiter vorzustoßen und dann etwa hier einen Belagungsring aufzubauen. Das müssen wir halt Step by Step machen. Zum Glück sehe ich immer beim Speichern wie spät es ist. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Halbe Stunde habe ich noch so zum Aufnehmen. Von daher. Was das? Okay, so langsam kriegen wir das Ganze kontrolliert. Braucht ihr etwas? Jetzt würde ich auch mal fast sagen, wir können auch mal die ersten Waffen kaufen für die ersten Aktionen. Sogar ein bisschen mehr. Komm, wir gehen mal 50 hoch. Wir haben genug. Ich würde mal sagen, da das jetzt hier ein bisschen... Ich würde gerade sagen, da wir jetzt ein bisschen höher gehen, wird das ziemlich knapp. Mit der Nahrung könnte es auch übel werden. Nein, machen wir es mal so, dass es jetzt stabil läuft. Okay. Und dann... Willst du mal ein Sammel... Stimmt, da fällt mir gerade was auf. Hallöchen, Torhaus. Wir wollen ja auch irgendwann mal raus. Oh, Mann. Machen wir auch ein großes Torhaus. Vielleicht müssen wir irgendwo mal zumachen. So. Irgendwo mal dicker machen. Vielleicht machen wir das jetzt auch gleich mal. Zack. Und... Zack. Wunderbar. Ja, und Armbusschützen, 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 Armbusschützen. Hier kann zum Glück keiner stehen und uns bekämpfen. Da ist ja zum Glück jetzt so ein Puffer zwischendrin. Das wäre es echt, ey. Ich bin echt im Belegen, wenn ich hier einen Triebock aufbauen würde. Ich glaube nicht, dass ich da etwas erreichen würde. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Triebock aufbauen würde.